Moin moin meine Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Hallo meine Lieben Freunde. Heute ist wieder Challenge Time und zwar heute machen wir die geile UI Challenge. Wir haben jeder 5 UI, die Aufgabe besteht darin, die UI zu essen, verbauen und auszupacken. Falsche Reihenfolge, egal. Wir sind jetzt hier quasi Marcello und Lisa 2.0, ihr werdet eine Einblendung bekommen, wie wir hier unten am Bauen sind. Wir machen jetzt mal kurzen Sprung. Hier sind wir am Bauen, da seht ihr uns. Hier sind wir am Bauen, da seht ihr uns. Hier sind wir am Bauen und da seht ihr uns. LOL Hast du Bock? Hast du Bock? Hast du Bock? Hast du Bock? Ja, 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 ja. Kindheitserinnerung sein. Oh, 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 okay. Bei 3 geht's los. 3. Du bist ein richtiges Arschloch. Ja, war klar. Oh nie. Nicht zu bauen, alles nicht zu kleben. Hä? Was muss man denn hier machen? Ah, ich muss jetzt ausstänzen. Interessiert mich, Herr Chef, dass ich wenig was du da machen musst. Es ist mir doch scheißegal. Ich will gewinnen. So. Wie macht ihr? Ich bin gerade sowas von lost. Ich habe keine Ahnung, ey. Muss man das hier auseinandernehmen jetzt, oder was? Ja, muss man. So, und jetzt? Das ist meine Frau, ich halte mir Nerv. Okay, warte. Das muss da hoch. Glaube ich. Du machst mich ganz kirre. Mit deinem ungeschmatzender Das muss ich mir alles aus dem Mund gefallen. Ja, selber schuld. So, eins habe ich. Das hier noch drauf, und dann haben wir es. Ich habe gesagt, du darfst es noch halten. So. Spuckt, fuck. Oh, zwei. Mann, warum muss ich mich immer bauen, ey. Beruhige dich. Ich muss auch bauen. Nicht immer nur du, du, du. Ich auch. Ich auch. Ich auch. Ich habe doch keine Ahnung. Wie macht man das denn jetzt schon wieder? Ist das hier dran? Eingefalter. So, und das muss auch hier irgendwo drin, ey. Wenn du mich verarschen, wie macht das denn jetzt? Was kannst du eigentlich? Nichts, das ist das Problem. Hier sind genau zwei Arbeitsschritte erklärt. Zwei. Ja. Das ist doch gar nicht so schwer. Ach doch, hier oben, ganz einfach. Numero zwei. Jetzt kommt das Mädchen. Oh, bitte, habt eine Poppe. Ich brauche eine Poppe jetzt hier. Oh, du bist bei mir. Noch mehr Tage wiegen nicht. Wie belastest du denn schon? Das wird jetzt gar angefangen. Du, ist doch richtig schlecht. Du, ist doch schön. Du, ist das schön. Wie will ich? Du bist mit Schwestern. Wie macht man das denn jetzt hier? Das soll hier so irgendwie rein. Achso. Ne. Hä? Ist doch scheiße, ey. Ich bin in sowas doch nicht gut. Doch, so, ich hab's. Sehr gut. Jetzt die Fliegel. Ich bin. Gagaaaa! Gagaaaa! Sie sind geistig behindert. Ich muss noch so da rein oder nicht? Warum geht denn das nicht jetzt hier? So, hey. Achso, andersrum vielleicht. Ich gucke, du bleibst mir in die Kamera. Ich bin hier so konzentriert. Ich kann überhaupt keiner sagen. Aber du kannst mir ja verzeigen, ich bin gut. Okay. Ist eigentlich ganz chillig hier. Eigentlich ganz chillig. Ich mach mal jetzt hier nicht einen aufs Obermeck. So, jetzt hier oben noch der Onkel hier drauf. Let's go. Komm schon. Lass mich nicht hängen jetzt hier. Da krieg ich dich wieder rein, Jungen. Ja. Wie lässt mich du bist. Gagaaaa! Gagak! Gagaaaa! Gagaaaa! Nummer 3. Nummer von letztendlich. Das ist ja ganz einfach. Und jetzt? Ist das was? Was ist das denn für eine Billigscheiße? Also damals hat man da schon eine Bediene. Da ist ja... So, ihr letztes Ei. Oh, du auch. Scheiße. Komm, wir sind die Nummer. Oh ja. Eine Tüte, eine Tüte. Natürlich. Ey, mach keinen Scheiß jetzt hier. Ohne Scheiß. Das ist unfair. Das ist eingeschweißt. Ey, das ist echt ohne Scheiß, ne? Ach, du hast auch was. Schädlich, das ist eine Figur. Ist doch fertig. Ne, da muss doch was aufgebaut werden. Hä? Da muss doch was aufgebaut werden. Wunderbar. Ich weiß gar nicht, ob da was aufgebaut werden muss. So, da ist die Figur. Ich bin fertig. Yes, man. Ich war auch fertig. Ne. Du hast jetzt erst zusammengesteckt. Das war schon zusammengesteckt, fertig. Warum hast du mir jetzt eine Schere geholt? Um die Verpackung aufzuschneiden. Wenn du wirklich ehrlich zu mir bist und sagst, okay, du hast gewonnen, dann nehme ich das an. Aber sei wirklich ehrlich. War ich schneller jetzt oder du? Weil wo du in die Küche gegangen bist, habe ich das Ding zusammengesteckt und in die Kamera gezeigt. Schatz, ich hatte alles ausgepackt und zusammengebaut, bevor du es hattest. So. Ich hatte das letzte Stück Schokolade im Mund, wo du die Papiertüte kaputt gemacht hast. Aber was hast du denn jetzt da aus der Küche rausgeholt, um was kaputt zu machen? Die Tüte, wo das drin ist. Ja, aber in der Tüte war doch das Teil da drin. Ja, natürlich war das da drin. Aber schon zusammengebaut. Ach, du hast die Tüte zusammengebaut hingelegt, oder was? Von wegen ist du eine Figur. Bist fertig? Ja. Wie haben wir vorher gesagt, es muss ausgepackt und gegessen und aufgebaut werden. Hör auf damit! So, ich habe gewonnen, Freunde. Ich habe gewonnen. Das war aber ein ganz, 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 ganz knappes Ende. Ja, es war wirklich knapp. Mir ist auch nur ein bisschen schlecht jetzt. Hör auf jetzt! Mann, hör auf! So, Leute. Falls jemand irgendwie was Wertvolles gesehen hat, Bescheid sagen, damit ich das bei E-Mail verticken kann. So, Leute. Macht gut. Bis denn. Tschüss! 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 Yo! I ain't here for the money. I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along, you see it's true. But the world is pretty cold. You might need a sweater, too. I'ma put a ride on ya. Came from California. Trying to make it in life. In school, they never taught ya. Dreams of my own. I've been working from home. I'ma put a ride on ya.